Willst du mich verarschen? Okay, mein Treiber will mich verarschen. Meine Kamera auch. Oh, was ist los? You're turn to pick 10 seconds 5 seconds left ok ich weiß nicht, mein grafik treiber ist grad voll viel arsch weil der macht was er will ich weiß nicht, was er will 10 Sekunden 5 Sekunden Hmmmm Hmmmm Your pick! This is where you win, don't lose! Kieee nooo Ok, your pick now! You know what to do! Your pick now! You know what to do! Your pick now! Meepo! What? Keine Ahnung, ist mir egal. Solange ich gewinne, ist das... Aber wenn er jetzt anfängt und bei jedem Spielstart abstürzt, dann... Hätte ich mich mal irgendwo beschweren müssen. Ich meine, wir haben ein All-Core-Lineup, solange es spät genug wird... Oh stimmt, ich habe ja... ... 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 Das ist natürlich eine Kombination. Necrophos und Klinkz. Und die anderen graben aus 5.000 Punkte. Keine Ahnung was der Affe macht. Die Schlange müsste ein Ballon sein. Das kennen wir ja schon. Auf der Weg. Ich weiß es. Soll es. Interessant. Das ist alles. Das ist alles. Das ist weg. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ja. Jetzt sehe ich es. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Das Geld wird. Oh, Duranche! Wenn ich nur ordentlich denyen könnte, was da? Ich weiß nicht, was da ist, was da ist, was da ist, was da ist, was da ist. Ich fühle mich an. Das war's für heute. Okay... Oh Jesus... okay eine Wraithband investiert und es scheint tatsächlich zu funktionieren was ich mein Bildschirm ist wohl wieder ... ge... out... blackout. Oooooooooh! God damn bitch, aber unglaublich. God damn bitch. I'm under attack. Dang it. Jetzt habe ich... Uuh! Das hilft scheinwenig. Oh mein Gott. die ist schwer mit der lane vor allem wenn man keinen support hat in pursuit of the mystery Das ist gut. Oh, ich habe keine TP. Oh, fuck me, ja, schon. hehehehe ist gut nerfensäge komm schon, man so zack so it is revealed that is oh clearly in secret gott, jetzt bin ich nicht mal hier für den shit schnell genug oder was oh man ja da kommt wieder ja komm into gank mid oh schon einmal das hmm ok oh 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 Nein, ich weiß. hmm temple direct on my way head as the temple requires Die Structures are fortemminellt. Top Tower is under attack. So be it. Hmm. Oh. Oh. Nice. Nice. Okay. We have to turn on. No, no. Control the cover. Killing spring. On your guard. I know it. They're trying to knock down your middle tower. A train with me. Okay. Boah, nicht alles, was ich jetzt noch sterbe, Junge. Ja, keine Wurscht. Oh. Fuck. Aaaaaah. Nice girl. Gut. Dass ich den noch getroffen hätte, wäre vielleicht noch eine Chance gewesen, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? 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 Das könnte mein Leben einfacher machen. Ich sollte den ersten mal aus dem Weg gehen, dass sie mit dem Team farmen können. Mein Klings ist Level 11, er ist 14, er ist 9 und ich bin Level 7 und gehe jetzt nicht besser dran. Soll ich tatsächlich mal mit Support anfangen? Oh. Ich bin das. Ich bin das. Der Haupttower braucht ein paar Hilfe. Du hast ein paar Freunde, die es zur Nähe von der Sahlkette ist. Ja... Du hast das, was du? Du kannst du mir deine Abenteuer. Wir haben ihn wegen der Fortifikation. Du kannst du noch die Haupttower? Wollen wir da vorgehen? So hat kein Mauna. Ich habe tatsächlich nicht gerechnet. Ah, verdammt. Ich kann nirgendswohin gehen, ich bin ja schon froh, dass ich Level 8 habe mittlerweile. Da sind vier da, da kann man schwerlich was machen. Hm. Ja. 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 Hm. Hm. Ja. 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 Ja, zove ich nicht. Ma na. Ach, da nicht. Einzige was mir wirklich jetzt hilft ist Tag Speed. Oh shit. Oh, shit, what the heck? Come on, PA's done. Oh. Oh, shit, what the hell is going on? Chips have to go out. Chips have to go out. Ach, Kohle, ich brauche so viel Kohle und Erfahrung wie möglich. Viel Kohle und Erfahrung wie möglich. Ah, es ist ein Necro, der auf mich wartet. Darauf habe ich so gar keinen Bock. Necro ist immer noch da. Ach, das ist, dass ich gegen Necro nicht stehen kann. Necro fehlt. Das ist ein Necro. Neiice. Das ist ein Necro. Nei. Ich brauche, Alter. Ich brauche dich. Rot, start at the head. What? Der holt sich eine Radiance und kann mich einfach weglaufen. Es ist einfach daneben. Das war wahrscheinlich auch nicht wirklich die richtige Entscheidung. Weil mich hier praktisch jeder kontert. Ich bin einfach direkt tot. Oh, komm schon, Mann. Keine Chance. BKB. Heal in irgendeiner Form. Ich geh erst BKB. Scheiß drauf. Irgendwie muss ich ja überleben. Ich muss so viel mehr Farben haben. Ich muss so viel mehr Farben haben. Keine One-Hit-Wonder-Ability. Eintreffer oder du bist tot. Red King ist auf jeden Fall auf Top. Ob das heißt, mit meiner Angriffsgeschwindigkeit per se in meinem Deso kann ich hoffentlich einen Schaden hier anrichten. Ich kann schon mal, Schatz. Das ist das? Da sind wir bei euch nur PKB. Okay. Ich habe einen Rathkingen, oder? Rathking GP? Ah, ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ja, ich bin dran. 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 Oh, der ist zerfallen kurz vorher. Okay. Okay. Hmm. 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 Oh, ich bin dran. 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 Ich hab nicht vor, unterm Schrein zu kämpfen. Kämpfen. Nur ein bisschen Gold. Von 100 auf, was? 700. Okay. Okay. Ah, im Fall der Falle bräuchte ich noch eine TP. Ja. Geht die, ich bin dran. Ja, die breemen. Oh, definitely. Oh, ich bin dran. Noch komm ich durch? Skyrath ist... Okay. ...tatsächlich bei den Highground gehen könnten. Wäre das echt der Hammer. Oh. On my way. Close my blink. Ich hole ein bisschen auf, was meine Last jetzt angeht. On my way. Skyrath strife, my arrows. Sieht nicht auf, was sie... Oh. Oh. Ich habe mich die, 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 die. Oh. Oh. So. Okay. Okay. Dang it. Hamisch gesehen, so viel Magic Damage. Verkaufen? Weiß nicht. Skeletons arbeiten immer noch gegen uns. Mittlerweile bin ich Level 21. Das ist schon krass, wenn man bedenkt, wie shitty ich angefangen habe. Hm, klingt. Nice. Skysnake, ich könnte kotzern. Oh ja. Ja. Jetzt sehe ich. Auf deinem Weg. Ja. 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 und ich bin nicht dabei besser klingt es am tower dran er ist schuld sehr gut Okay, ich konnte gehen bevor die Radiance mich getroffen hat, das war auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. We could go Roche, if you want. Yeah, we could maybe take a kill first, they have some two strong team, but with a few kills we can take it, no high ground. Was ist das Ganze so viel einfacher? Oh, einfach alles One-Shot ist. Oh, ein Katapult hat über die Fischung aber auch. Hmm? Regeneration! Now I see. Hmm. So be it. Hmm. Hmm. Uh. Oh. Nice Uuuuuh, bypass zurück, okay. Au. zu lang gewartet ich hätte einfach reingehen sollen und dann mit melt aber der nekro macht mir immer noch angst tatsächlich definitiv Aula, Homo? Aula, Homo? Aula. Das ist übel. Ja. Sky ganz offensichtlich. Warum? Warum? Ich bin zurück. Der ist ja falsch. Der ist ja falsch. Oops. Fuck me. Ohohoho. Okay. Knapp is... Das ist, äh... So ein Satanic wäre schon nicht schlecht oder sowas in die Richtung. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. 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 Hm. Sollte es wahrscheinlich erstmal von bei weg sparen. Aber Late Game, wie gesagt, das ist uns. Das ist nicht gut. 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 Ich würde das Moonshot fast schon abgeben. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, dass der Oberhammer dabei ist. Das ist nicht gut. 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 Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist 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 gut. Ich hoffe da nochmal rein zu gehen. Ein guter Versuch. So schnell kommt er mir nicht hier ran. Okay. Ich verkauf. Und holen wir. Use of travel. Und schreie. Und schreie. Und schreie. Dich, ich werde das nicht. Und schreie. ich habe zwei gleichzeitig gesehen, irgendwas konnte nicht stimmen das ist ein Die Seite für Schatz 5. Venowar war gerade hier. Moonshot holen sollen Moonshot holen und Klinks gehen Mein Ball weg ist immer noch vier Minuten weg Klinks hat schon Moonshot Decay könnte noch Wenn du ein Millennial bist, würde ich sagen Ich habe so viel Damage gemacht. Trotzdem bräuchte ich jetzt wahrscheinlich noch ein Heart. Damage, Invasion, Attack, Speed. Warum habe ich mir eigentlich die Zelebress? Okay. Hm. 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 Das ist knapp, mein Freund. Wieso haben die denn da das? Okay. 600 für ein Buyback. Ah. Die kam aus. Schnell zurück. Okay. 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 Oh Mann. Der geht kaputt unter dem. Die nicht. Okay. 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 Okay.